Liebe Tagessiegengemeinde, begrüße Sie heute am Fest Epiphanie. Heilige drei Könige zum Tagessiegen. Auf werde Licht, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Doch über dir geht strahlend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich weiß noch in Kindertagen, wie begeistert ich war vom Sternsinger Gottesdienst, von den Heiligen drei Königen, wie die eingezogen sind in die Kirche mit prächtigen Kronen und Gewändern. Und ich immer schon als kleiner Junge gesagt habe, da möchte ich auch einmal dabei sein. Ich erinnere mich aber auch immer wieder an diese wunderschöne Lesung aus dem Buch Jesaja. Auf werde Licht, Jerusalem, denn dein Licht, dein Gott geht strahlend auf über dir. Finsternisse bedecken die Erde bis in diese Stunde, auch an diesem heutigen Tag. Aber wir dürfen das Licht nicht vergessen. Ich erinnere mich auch an schöne Gottesdienste mit unserem Pfarrer damals, der wirklich auch das so rübergebracht hat, dass uns Licht geworden ist, dass wir aus diesem Gottesdienst die Wärme eines Gottes mitnehmen konnten, der es gut mit uns meint. Vergessen Sie das Licht nicht, das über Ihnen aufgeht. Das ist ein königlicher Dienst, glaube ich, der uns auch an diesem Tag heute erinnert daran, dass wir Garanten sind, dass das Licht nicht ausgeht und dass andere Menschen von diesem Licht auch entzündet werden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes segne ich Sie und alle, die zu Ihnen gehören. Amen.